zu bringen aus der eigenen Hälfte, weil spielerisch soll es ja funktionieren. Zweiter Ball landet. Irgendwie hat man so das Gefühl, St. Pölten ist am Nachdenken. Ballfehler von Ljubicic. Rieger und nochmals gibt es jetzt links unten damals. Zwei. 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 Knusevic. Noch gar nicht so viele Bundesligaspiel in dieser Saison absolviert. Sein vierter Einsatz. André Ecke. Nein. Nochmals genau. gegen Wiener Austria, diese Saison noch ohne Resultate, weder als Vorbereiter noch als Torschütze. 1 zu 1, nur lumpige Elf, muss viel laufen, viel arbeiten, ohne... Der Jemi, der André, jetzt viel Platz, 4 gegen 3, Sobuslay, dann kann man auch noch glänzen, aber wieder Abseitstellung, das ändern zu einer Viererkette, Sobuslay, schöner Luch. Presschlag gewinnt Onguni, Sobuslay, und... 2 gegen 0, 2 gegen 0, und das ist das 5 zu 1. Die Mohamed Begovic zwingt ihn zu diesem Fehlpass, Sobuslay, und... Sobuslay! Sobuslay! Ja, herrlich! Wenn auch der versteht sich! Sobuslay!